Dann legen wir direkt los, denn wir haben keine Zeit. Herzlich willkommen, endlich mal wieder vereint, endlich mal wieder pünktlich zu einem Bundesliga-Rückblick. Ja, es gab einige Tore, einige interessante Spiele am Wochenende, da sprechen wir jetzt drüber. Ich weiß gar nicht, wie sieht es bei dir morgen aus? Schaffen wir morgen einen Zweitliga-Rückblick? Das wäre fast eine perfekte Woche. Schauen wir auf jeden Fall, dass wir das hier kriegen. Auf jeden Fall, jetzt ist ja Länderspielpause erstmal, aber wir hatten den 26. Spieltag, also es geht jetzt auch langsam wirklich in die Endphase und es sind sehr, sehr viele Tore gefallen am Wochenende. Ja, absolut. Geisteskrank viele Tore gefallen und sehr, sehr spannende Spiele vor allen Dingen auch dabei gewesen. Bin sehr gespannt, was du zu den jeweiligen Spielen zu sagen hast. Und ihr natürlich auch. Natürlich, deswegen lasst ihr gerne erstmal ein Like da und einen Kommentar, aber gerne auch einen Kommentar danach, was eure Meinung ist zu eurer Mannschaft oder zu den Spielen. Da können wir auch drüber reden, waren auch wieder, da können wir auch drüber reden, einige sehr, sehr strittige Schiedsrichterentscheidungen wieder dabei am Wochenende. Aber lasst uns doch erstmal loslegen und zwar mit dem Freitagsspiel. Köln gegen RB Leipzig ist ja fast genau mein Ergebnistipp geworden. Da ging es ja schon los mit den vielen Toren. 1 zu 5 aus Kölner Sicht natürlich im Abstiegskampf eine derbe Abreibung zu Hause. Zwischenzeitlich auch noch durch, da musste ich auch so lachen, auch noch durch Adamian zurückgekommen, über den du noch letzte Woche so ausführlich gesprochen hattest. Der machte wieder sein Tor. Gut, die haben jetzt auch nicht mehr so viele Alternativen. Am Ende geht das 1 zu 5, muss man aber auch sagen, auch ergebnistechnisch in Ordnung. Ist nicht mal zu hoch, wenn du dir die ganzen Chancen anschaust, die wirklich sich Leipzig in dem Spiel rausgespielt hat. Sie haben es toll gemacht. Xavi Simmonds war an dem Tag herausragend gut, Openda auch nicht schlecht. Plus dann kam ab und an in einzelnen Situationen ein bisschen Pech dazu und irgendwann war Köln dann auch nicht mehr zu 100% voller Willen da, um jede Aktion zu verteidigen. Und dann, wenn Leipzig dann ins Spielen kommt, die haben halt ein super gutes Mittelfeld, super spielerischen Stürmer und dann wird es halt schwer. Also nochmal zur Zusammenfassung. 1 zu 0, Xavi Simmonds gleich früh im Spiel, 15. Ausgleich dann schnell durch Adamian. Ja, und dann zweite Halbzeit Openda, Openda, Haidara und Paulsen innerhalb von 19 Minuten vier Tore und dann war der Drops gelutscht. Was sagst du denn? Ja, im Prinzip muss man ja sagen, das 1 zu 1 war ja schon sehr schmeichelhaft zur Pause, aber es ist dann auch so, wenn du unten drinnen steckst, sind das vielleicht genau diese Dinge, die dir eigentlich Mut machen können. Selbst Leipzig hatte deutlich mehr Torchancen, hat viel liegen lassen, aber es steht 1 zu 1 in der Kabine. Dann musst du halt irgendwie versuchen, da was draus zu schlagen. In der zweiten Halbzeit dann so durchzugehen, ist natürlich super, super ärgerlich. Plus, man muss ja auch noch sagen, gerade aktuell, wenn man sich bei Mainz und Köln das immer anguckt, am Ende kann vielleicht das Torverhältnis auch noch irgendwie mit reinkommen. Das sind vier Tore, also es macht schon deutlich immer was aus. Also in der zweiten Halbzeit immer vier Tore. Ganz lustig war, ich war ja am Freitag bei James Blunt auf einem Konzert, das war ja an der Langsays Arena und wir mussten praktisch, also vor dem Spiel sind wir mit Kölnern mit der Bahn gefahren, weil wir sind zu so einem, ich sag mal, Drehpunkt gefahren, wegen Parkplätze, da ist auch blöd. Und dann sind wir die letzten zwei Staturen sozusagen mit der Bahn gefahren, und dann so auf clever, war auch gut. Und da waren auch richtig viele Kölner, da haben noch vor dem Spiel viele gesagt, heute, 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 da geht was. Und da waren so zwei Ältere, das war so geil, die haben so richtig an alte Zeiten geredet, weißt du, dann haben die angefangen, ich weiß noch damals, der Lukas, der Podolski, weißt du so. Und dann der andere so, ja, war der Jérôme, so, wie der sich bewegt hat. War auch die gleiche Zeit. Ja, das ist so geil, Alter, so geil. Und dann nach dem Spiel sind die halt, haben wir genau die zwei Leute, wie, was für ein Zufall auch, genau die zwei Leute wieder getroffen, als das Konzert vorbei war. Das war so irgendwie, weiß gar nicht, 11 Uhr, so um den Dreh in der Bahn dann. Ja, und dann haben die, saßen die da auch, und da sagt der eine wieder, aber du hast gesehen, diesen Optimismus einfach auch bei denen, ne? Hast du gesehen, beim 3-1, da dachte ich, das Ding ist gegessen. Und dann sagt der andere so, ich hatte da noch Hoffnung. So, das ist so geil, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt nichts von dem Spiel mitbekommen. Und später sehe ich so beim 1-1 zur Halbzeit schon diese massig an Chancen und denke mir so, krass, Digga, also es kommt immer darauf an, mit welchem Blickwinkel du diese Spiele siehst. Es gibt auch welche, die haben, weißt du, alles anders gesehen. Man muss ja auch sagen, im Abstiegskampf, dass gerade in so Heimspielen ist es ja auch so, da kann manchmal auch die gegnerische Mannschaft wirklich zehn Großchancen haben und trotzdem holst du zumindest einen Punkt, was ja extrem geholfen hätte an dem Tag. Aber auch Leipzig einfach zu gut. Leipzig hatte auch schon viel, viel schwächere Spiele, wo sie sich deutlich schwerer getan haben. Fand aber auch, dass Köln es wirklich nicht so gut verteidigt hat. Übrigens... Auch wenn es mal einfacher gesagt ist als getan. Hundertpro. Aber ich will auch nochmal sagen zu Adamian, ich bin auch dabei, wenn man sagt, dass der sich positiv entwickelt hat, auch in den letzten Wochen. Das, was ich aber trotzdem finde, und das sage ich auch heute noch, Ich persönlich, egal ob es für Köln nächste Saison in der zweiten Liga weitergeht oder weiter in der ersten Liga weitergeht, Fakt ist, es gibt ja noch ein Jahr Transfersperre. Ich würde eher auf Damien Downs setzen, weil ich einfach von meinem Empfinden her den qualitativen Unterschied zwischen Adamian vorne drin als spielstarken Stürmer oder Downs als Zielspieler vielleicht auch nicht so gravierend unterschiedlich finde und bei Downs einfach wesentlich mehr Potenzial da ist als noch bei einem Adamian. Und deswegen würde ich ihn auch immer noch spielen lassen. Ich auch. Sehe ich auch genauso. Ich musste bloß daran denken, weil du es letzte Woche so gesagt hattest, und hat jetzt auch nicht so ein schlechtes Spiel gemacht. Übrigens, was habe ich dir gesagt, wenn Pakarada langfristig, ich habe es noch gesagt gehabt, Pakarada, Finkrewe, kann ich mir vorstellen, dass die hintereinander spielen, und jetzt spielen die hintereinander. Bin gespannt, wie das die nächsten Wochen wird. Aber das habe ich so kommen sehen, dass das genau so passiert auch. Ich hätte es nur andersrum geswitcht, oder andersrum gedacht, aber ja, bin auch mal gespannt. Immerhin hat Köln sich auch neun Abschlüsse erspielt. Also die hatten sogar einen ganz guten X-Goal-Wert dafür. Auch Spielanteile, ne? 1,68, ja, Spielanteile auch, 50 Prozent Ballbesitz. Die gefährlichen Chancen im Strafraum hat halt Leipzig, die hatten, das ist wirklich ein extrem hoher Wert, 4,27 Expected Goals. Also selbst wenn du fünf Tore schießt, dann ist der Wert ja meistens trotzdem ein bisschen geringer. Also schon ein sehr, sehr hoher Wert. Also auch absolut verdient gewonnen. Ja, muss Köln abhaken. Und dann im nächsten Spiel, ich weiß gar nicht, gegen wen spielen sie als nächstes? Das müssen sie dann wieder voll angreifen. Ja, das sage ich jetzt auch sofort. Ich habe es nämlich gerade auch schon aufgeworfen gehabt. Gegen Augsburg, in Augsburg, was sehr, sehr schwer wird. Das ist sehr schwer. Da kommen wir später noch zu. Die schweben ja gerade auf einer Erfolgswelle. Aber damit ist dann genau das passiert, womit ich ja gerechnet hatte. Nämlich, dass am Samstag dann Mainz die Chance hatte, an Köln vorbeizuziehen. Köln hatte dann eben keinen Punkt geholt. Du hast es schon erwähnt. Minus 27 Tordifferenz. Die Mainzer vor dem Spiel minus 26. Aber zwei Punkte weniger. Und deswegen war klar, wenn Mainz gewinnt, wird Köln nicht mal mehr auf dem Relegationsplatz sein. Und damit hat Mainz übrigens auch in der Rückrunden-Tabelle Köln überholt mit genau einem Punkt. Also wir können ja drüber gehen zu Mainz-Bochum jetzt dann praktisch. Mainz hat jetzt in der Rückrunde acht Punkte geholt. Köln sieben. Also man merkt auch, wie nah das beieinander ist. Ist ja allgemein das Krasse, dass da unten halt einfach nicht gepunktet wird. Bei Darmstadt muss man ja auch mal überlegen. Darmstadt hat drei Punkte in der Rückrunde geholt. Und das waren drei Unentschieden. Nicht ein Sieg oder so, sondern drei Unentschieden. Weiß auch nicht, was da dann vielleicht zwangsweise besser ist. Aber ja, die Mainzer jetzt vor Köln auch in der Rückrunden-Tabelle. Sehr, sehr krass. Und ziehen das Ding gegen Bochum mit 2 zu 0. Völlig verdient, kann man schon mal vorneweg auch sagen. Jonathan Burkhardt mit einem Doppelpack. Expected Kurzweil 2,65 zu 0,74. Wer hat auch wieder durchgespielt? Wen sieht man auch immer wieder durchgehend bei den Mainzern? Die Strippen ziehen. Amiri. Ich verfolge das. Also da muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, mal schauen, was Wen Amiri alles so beobachtet. Aber also das war eigentlich so absehbar, dass egal wohin der geht, dass der zünden wird. Und dass der... Der ist ja auch alt. Ja, und der ist ja auch, guck mal, der bringt Standardgefahr. Einfach mit allen Standards. Er übernimmt einfach alle Standards, du meinst du. Das ist einfach so der Star, zack, übernimmt alle Standards. Spielt unglaublich viele gute Tiefebälle. Und auch immer wieder, das ist auch so krass, selbst wenn er so zum Beispiel Richtung 10 sich orientiert, dann lässt er sich fallen wieder zwischen den 2-6 oder spielt dann in so einer Halbposition. Der ist immer anspielbar, der ist technisch super stark und er kann ja auch noch Zweikämpfe führen. Also ist eigentlich so der perfekte Allrounder-Mittelfeld. Geht auch noch ins Dribbling, kann die Bälle treiben, geht in ein 1-gegen-1-Duelle. Schon ein sehr, sehr guter Spieler, tut dem Mainzern gut. Das Spiel war natürlich trotzdem, auch wenn jetzt hier am Ende ein Expected Goals-Wert von 2,65 steht, da muss man auch sagen, war auch ein Elfmeter dabei. Aber das Spiel war auch ein Grotten-Kick. Also das war wirklich Abstiegskampf pur. Man hat gesehen, eigentlich so richtig Spielidee wollte keiner haben. Ich meine, gut, es sind ja auch beides Mannschaften, die unten drin sind. Die wollten beide eigentlich auf den Fehler vom Gegner warten. Man muss auch so ehrlich sein, das 1-0 fällt durch den Elfmeter. Und du hast es letzte Woche schon angesprochen, die Bochumer extrem Pech mit Schiedsrichter-Entscheidungen. Also für mich ist es nicht klar auflösbar, dass er da zuerst, Bernardo war es glaube ich gegen Lee, dass er da zuerst Lee trifft. Also ich kann jetzt auch nicht das Gegenteil beweisen, aber es sieht für mich eher danach aus, als ob er zuerst den Ball berührt. Also ich hätte da keinen Elfmeter gepfiffen. Wenn ich mir da so unsicher bin, dann im Zweifel für den Angeklagten, also den Foulspielenden. Deswegen im Zweifel hätte ich da lieber keinen Elfmeter gegeben, ehrlicherweise. Wie hast du die Situation gesehen? Ähnlich. Also ich muss ja allgemein, ich habe es ja letzte Woche auch schon bei dem Rückblick gesagt, dass Bochum, was das angeht, extrem Pech hat. Ich bin immer kein Fan davon, sage ich mal, Niederlagen nur an Schiedsrichter-Situationen festzumachen. Wird auch wahrscheinlich, werden die wenigsten eher tun, sage ich mal. Sind zwar dann meistens die lautesten, aber eher die wenigsten. Aber natürlich ist es schon bitter in der Menge und teilweise auch sind das oftmals bei Bochum Schlüsselzählen, so wie jetzt hier ja auch. Vielleicht geht das Spiel in eine andere Richtung. In so einem Spiel, wo es auch so wenig Torraumszenen gibt. Ja, dann muss man aber auch nochmal dazu sagen, alle Mainzer, nur weil die den Elfmeter bekommen, das heißt ja nichts. Die haben, glaube ich, vier Elfmeter diese Saison schon verschossen. Mit vier verschiedenen Schützen, glaube ich, oder? Nee, zwei hat Ajorke ja in einem Spiel verschossen. zwei Ajorke. Ah ja, stimmt. Aber wer war es denn noch? Da waren ja... Ich glaube, da hat nicht sogar Amiri auch einen verschossen? Amiri hat einen verschossen und noch einer. Und Barcog. Und Barcog, genau. Ja, richtig. Gegen Hoffenheim, glaube ich. Also, ja, muss man auch erstmal so machen. Vor allem, Riemann gilt ja als Elfmeter-Killer und der ist ja auch einfach stehen geblieben. Du hast richtig gesehen, der hat sich nicht für eine Ecke entschieden und deswegen kam er dann zu spät. Aber Johnny Burkhardt macht den rein, hat mich auch gefreut, dass der gleich zwei Tore gemacht hat. Ja, Bochum ein bisschen in einer Negativphase. Absolute Big Points für Mainz. Nicht nur, dass sie an Köln vorbeiziehen, sondern sie waren so ein bisschen die Chance, vielleicht sogar nochmal Bochum mit reinzuziehen, die jetzt nur noch, was immer noch viel ist im Abstiegskampf, sechs Punkte weg sind. Also, das war ein Muss-Sieg und den haben sie gezogen. Bochum jetzt ein bisschen Negativspirale, auch wenn man sich trotzdem keine Panik kriegen muss, meiner Meinung nach. Aber eigentlich war das auch vom Spiel her so ein Spiel, ja, so ein unentschieden im Abstiegskampf. Wenn es einer verdient hat, dann aber Mainz, weil sie die klareren Torchancen hatten. Und wen ich wirklich richtig gut fand, bei Mainz, neben Amiri, war Lee. Also, der hatte ja zwischenzeitlich auch mal eine Weile nicht gespielt. Der war wieder so, wie man ihn früher kannte. Dieses immer agile, hat ja dann das 2-0 auch vorbereitet, hat den Elfmeter rausgeholt und auch beim 2-0 wieder ein Kopfballduell gewonnen. Das ist so crazy. Der hat doch auch mal so eine Saison gehabt, wo er voll viele Kopfballtore geschossen hat, obwohl der jetzt nicht der Größte ist mit seinen 1,81. Der hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Verteidigt haben sie es auch leidenschaftlich. Du hast Amiri erwähnt. Ich finde auch Barrero, der wird ja im Sommer auch gehen, auch ein fantastischer, auch wieder eine super Leistung gehabt. Ja, und damit Glückwunsch an Mainz. Ziehen an den Kölnern vorbei. Es bleibt richtig spannend, unten im Tabellenkeller. Und jetzt nochmal zu der Tordreferenz. Mainz jetzt minus 24. Ein Punkt Unterschied. Also, wenn man jetzt unentschieden spielt aus Kölner Sicht und Mainz verliert, dann müssten sie schon wieder höher verlieren, damit Köln eben vor ihnen steht. Also, es kann wirklich entscheidend sein, wie du es gerade gesagt hast. Deswegen darfst du dich auch in einem Spiel, nur weil du sagst, boah, das Spiel ist eh gelaufen, nie aufgeben. Jedes Tor mit Mann und Maus verteidigen. Wir sind ja auch damals in die Relegation gekommen, wegen dem schlechteren Tordreferenz. Ja, das ist auch manchmal extrem entscheidend. Wir haben vor allen Dingen jetzt auch in der Rückgrundtabelle Mainz und Bochum jeweils übrigens mit acht Punkten. Also, jetzt dadurch aufgerechnet und der gleichen Tordreferenz. Minus neun Köln, minus neun Mainz, minus neun Bochum in der Rückrunde. Also, ein leichter Trend von diesen drei Mannschaften. Wenn man jetzt aber auch guckt auf die Tabelle, dann hast du es gerade ja schon gesagt, sechs Punkte können halt auch schnell gehen. Also, es kann innerhalb von zwei Spieltagen sein, dass Wolfsburg und Bochum vielleicht, selbst wenn es nicht perfekt läuft, aber sagen wir mal, Mainz und Köln gewinnen, spielen vielleicht unentschieden, wer weiß, Wolfsburg und Bochum verlieren die nächsten zwei. Dann hätten wir automatisch eine Situation, dass du auf einmal Wolfsburg, Bochum, Mainz und Köln mit reinziehen musst, weil vielleicht drei Punkte Platz 14 bis 17 trennen. Das ist möglich. Und dann wird es gefährlich, dann wird es wirklich richtig gefährlich für alle diese Mannschaften. Und bei Bochum ist es halt insofern bitter, weil, wie gesagt, viele strittige Entscheidungen. Jetzt hiermit aber die vierte Niederlage in Folge steht. Und das ist natürlich immer ein Stück weit eine Krise, wenn du viel mehr hintereinander verlierst. Absolut. Kommen wir zu einer nächsten Mannschaft, wo man auch nicht so richtig weiß, in diesem Übergangsjahr. Borussia Mönchengladbach, die mussten nach Heidenheim, nachdem sie ja unter der Woche verloren hatten, in Saarbrücken, was natürlich sehr, sehr bitter war, so spät und so viele Torchancen gehabt. Jetzt musste man auswärts zu Heidenheim, was auch mega unangenehm ist. Ja, Spiel ging wieder gut los. Hack ist eigentlich echt mega gut drauf im Moment. Wieder mit einem Tor an der zweiten Minute. Man muss aber sagen, über das gesamte Spiel hatte eigentlich Heidenheim die deutlich besseren Chancen. Und eigentlich kann Heidenheim das Spiel zu Hause auch gewinnen, wenn sie da ein bisschen mehr Effizienz an den Tag legen. 66. Minute gab es dann noch den Ausgleich von eurer Leihgabe. Dingchi, also der zieht diese Saison komplett durch. Ich hätte auch manchmal so erwartet, vielleicht kommt bei dem auch nochmal oder bei Heidenheim im Allgemeinen so ein Leistungsloch, aber die sind sehr konstant. Er auch. Sehr, sehr starke Leistung. Da solltet ihr euch echt überlegen, wie ihr den irgendwie einbauen könnt. Auch wenn es jetzt derzeit unrealistisch wäre in der Formation, in der ihr spielt. Aber es ist schon ein richtiger Unterschiedsspieler für die Heidenheimer. Und so geht das Spiel am Ende. Acht Tore, drei Vorlagen. Ja. Und dann nicht zu vergessen, diese ganzen Tempo-Dribblings, die gar nicht zu einem Assist, aber voll oft zu einer einleitenden Situation, Pre-Assist oder dergleichen führen. Ja. Und am Ende 19 zu sieben Abschlüsse, das ist dann auch recht wenig aus Gladbacher Sicht. Wenn du so früh 1-0 auswärts führst, kannst du da vielleicht auch erwarten, mal sich die eine oder andere Torchance mehr zu erarbeiten. Auch wenn das immer leichter gesagt ist als getan. Am Ende waren es eben nur zwei Schüsse aufs Tor von Gladbach und ein Expected-Goalwert von 0,58. Die Heidenheimer mit 1,76. Also auch die Statistiken belegen für meine Begriffe. Wenn da einer gewinnen könnte, dann eher Heidenheim. Ja. Was sagst du? Interessant ist ja auch Gladbach, Heidenheim, Freiburg, Bochum, Mainz haben alle acht Punkte in der Rückrunde geholt. Ja. Das zeichnet sich auch so ein bisschen im Bundesliga-Mittelfeld ja ab. Es ist einfach extrem viel, also sehr, sehr wenig mit Konstanz, wenn man sich das mal anguckt. Die konstanteste Mannschaft im Mittelfeld ist derzeit der FC Augsburg. Das ist halt auch krass so, nicht das betätigt, aber das ist halt, wenn man das mal so im Vergleich sieht. Gladbach jetzt mit dem dritten unentschieden in Folge, das ist einfach zu wenig. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, natürlich. Vor allen Dingen beim Pokal auch Platz, Regen etc. PP, alles gar kein Thema. Aber auch in diesem Übergangsjahr, da sind so viele Spiele dabei gewesen, wo die auch eine Führung aus der Hand gegeben haben. Ich habe jetzt, gestern war das erst, gab es einen Artikel dazu zu Gladbach. Die sind die Mannschaft mit den meisten Führungen aus der Hand gegeben und wenn die diese Führung über die Zeit gebracht hätten, wären die jetzt punkttechnisch auf dem Champions-League-Platz. Das muss man sich mal überlegen. Und deswegen, ich glaube, dass Gladbach da einfach eine viel größere Konstant reinkriegen muss, ganz klar. Und für die Heidenheimer ist es trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wie da auch. Wichtiger Punkt, es geht weiter in die richtige Richtung. 29 Punkte sind jetzt eingefahren. Man steuert die 30 sozusagen an. Derzeit hast du 10 Punkte Abstand auf Platz 16. Also auch da alles noch im grünen Bereich für die Heidenheimer. Nach einer sehr richtigen, sorglosen Saison mit sehr viel Freude für, glaube ich, viele Heidenheimer Fans. Und Dinti hast du ja genau richtig schon gesagt. Soll ja auch bei Werder bleiben. Also Werder will gerne mit ihm verlängern. Hat ja, wenn er zurückkommt, nur noch ein Jahr Vertrag. Und Werder spielt in der nächsten Saison definitiv eine neue Formation. Das ist sogar schon bekannt. Das wird wahrscheinlich das 3-4-3. Also davon gehen jetzt die meisten aus. Aber wir wollen wohl mit Flügel spielen. Das heißt, Dinti hoffentlich nächste Saison dann bei Werder mit einem neuen Vertrag. Und jetzt soll er auf jeden Fall noch Spaß haben bei Heidenheim. Acht Tore, drei Vorlagen. Sechs Millionen Mark wird. Der erste Update kommt erst noch. Also der wird auch nochmal ein Update kriegen. Sehr interessant. Ja, sehr interessant. Aber das war eigentlich so eins der, sag ich mal, für einen neutralen Beobachter an dem Wochenende Ereignis-ärmsten Spiele und auch mit den wenigsten Konsequenzen, weil es so ein bisschen auch Niemandsland der Tabelle ist. Beide Mannschaften sind jetzt, ich habe gerade nochmal geguckt, Gladbach ist jetzt auf 12 mit 28 Punkten. Das sind halt, man kann sich nie freisprechen, aber es sind neun Punkte auf den Relegationsplatz. Heidenheim einen Punkt davor mit 29 Punkten. Eigentlich klar, wenn die jetzt nochmal sagen würden, ey, wir lassen uns doch mal jetzt zwei, drei Siege in Folge einfahren, hier wie Augsburg das machen, eine Serie starten, dann bist du auf einmal wieder ganz oben mit dabei und in der Verlosung ums internationale Geschäft. Aber das sieht ja derzeit nicht so wirklich danach aus, zumindest nicht bei Gladbach, dann würde ich es eher noch Heidenheim zutrauen. Und wie du schon gesagt hast, bei Gladbach sind es irgendwie so viele Probleme. Weißt du, die haben, erst haben sie Probleme, dass sie generell viel zu viele Gegentore kriegen. Dann kriegen sie weniger Gegentore, dann haben sie Probleme in der Torerzielung. Dann schaffen sie es öfter mal in Führung zu gehen, aber schaffen es dann nicht konsequent zu verteidigen oder das sauber runterzuspielen oder sich dann eben weiter Torchancen zu erarbeiten, um die Führung eben nicht zu verspielen. Da sind echt noch viele Baustellen, obwohl der Kader als solches ja auch nicht so schlecht ist. Das siehst du ja auch immer wieder am Ansatz, dass dann eben gute Aktionen passieren. Aber so richtig eine klare Linie sieht man noch nicht, was vielleicht aber auch schwer ist in so einem Umbruchsjahr. Andersrum hast du im Fußball halt auch nicht ewig Zeit. Genau, das ist es halt. Und jetzt muss man ja auch sagen, klar, Umbruchsjahr auf jeden Fall, aber das sagen wir auch schon sehr lange bei Gladbach. Trotzdem haben wir den 26. Spieltag und es ist ja jetzt kein Trend erkennbar, wo du sagst, okay, da geht jetzt die Reise dann doch hin. Also, weißt du so. Na, könntest du sagen, wofür stehen die jetzt wirklich? Nee, das ist ja, weil die haben ja, das ist ja, wir haben ja auch in dieser Saison über alles schon gesprochen bei Gladbach. Entweder haben wir die auch gelobt für ihre Teile sehr krasse Offensive. Dann gab es schon Spiele, wo wir drüber geredet haben, Alter, Offensiv geht dann da gar nichts. So, das heißt, du hast auch da wieder beide Richtungen. Und defensiv kriegen die eigentlich das gar nicht auf die Reihe. Wenn du mal überlegst, also jetzt rein vom Ding her, Gladbach hat 50 Gegentore nach dem 26. Spieltag. Das ist einfach zu viel. Jetzt das Positive wieder, was wir gerade gelobt haben, 46 Tore, aber auch geschossen. Deswegen nur minus 4 Tordifferenz. Hätte auch wesentlich schlechter laufen können, wenn die eben nicht dann auch noch so viele Tore gemacht hätten. Aber 50 Gegentore ist, glaube ich, auch schon nochmal eine Hausnummer, wenn man mal so guckt. Mainz 46, Köln 47, als Beispiel jetzt nun mal. Aber ja. Tja. Und dann kommen wir zum nächsten Spiel, was dann auch wirklich mal eine Konsequenz getragen hat, nämlich Wolfsburg gegen Augsburg. Oh ja. Nico Kovac wurde entlassen. Sprechen wir gleich kurz drüber. Wolfsburg, elf Spiele ohne Sieg. Überleg dir das mal. Elf Spiele Wolfsburg mit diesem Kader ohne Sieg. Augsburg vierter Sieg in Folge. Ich muss aber wieder dazu sagen, ich mache es nicht gerne am Schiedsrichterfest, aber ohne die Schiedsrichterentscheidung wird es wahrscheinlich niemals so ausgehen, weil Augsburg hat überhaupt nicht stattgefunden. Wolfsburg hat es eigentlich in diesem Spiel wirklich nicht schlecht gemacht. Haben 1-0 geführt durch Wimmer. Erstes Saisontor. War ja auch viel verletzt wieder. Ist ja auch so ein Unterschiedsspieler eigentlich für Wolfsburg. Augsburg hatte gar keine Ideen nach vorne. Es waren einfach nur lange Bälle, obwohl die eigentlich drei Spiele in Folge gewonnen haben. Hat man gar nicht verstanden. Und dann kommt diese Situation. Und Wimmer macht einen Fehlpass und spielt dann das Foul. Das ist im Leben. Also in welcher Welt ist das eine rote Karte für Notbremse? Ja, das ist wieder so eine Situation, wo du dich dann fragst, wie kann das so gegeben werden? Oder was für eine Regelauslegung ist jetzt da jetzt wieder der Fall? Der Fall der Fälle? Aber das ist definitiv spielentscheidend gewesen. Ich glaube, du siehst ja noch Lacroix. Gut, jetzt kannst du sagen, natürlich der Feld in der Situation ist dann Zeitlupe. Aber du siehst noch, der Feld, ich weiß gar nicht, wer da gefault wurde, der Feld, der Augsburger Spieler und der Ball rollt direkt in die Füße von Lacroix. Wo ich so denke, das zeigt doch schon, dass der hundertprozentig da gewesen wäre. Ja, ja. Ich habe auch keine Ahnung. Völlig unverständlich, meiner Meinung nach. Mir kann es ja egal sein. Ich verstehe die Linie bloß einfach nicht, war auch ein relativ unerfahrener Bundesliga-Schiedsrichter, hat noch nicht so viele Spiele gemacht. Und dann, das ist das Bitterste, was hier natürlich passieren kann. Rote Karte, so früh in einem Spiel, wo eigentlich alles für dich läuft und dann geht der Freistoß auch noch abgefällts streien durch Arnemaier. Das ist natürlich die größte Doppelbestrafung, die es gibt. Absolut. Wobei man aber jetzt dann auch sagen muss, steht dann 1-1 und es geht in die Pause. Und es ist die rote Karte in der 45. Jetzt hätte man in dieser zweiten Halbzeit von beiden Seiten, je nach welcher Richtung, reagieren können. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Dortmund, Hoffenheim, das sind zwei Gegner, die jeweils gegen Werder eine rote Karte bekommen hat. Einmal 25 Minuten lang, einmal auch eine Halbzeit lang. Wie die damit umgegangen sind und wie Werder damit umgegangen ist, da muss ich auch sagen, Kompliment an die Augsburger, weil die es einfach wesentlich besser gemacht haben als zum Beispiel Werder mit einem Mann mehr. Und Jakic bestraft dann Wolfsburg gleich doppelt. Ist natürlich super bitter für die Wolfsburger. Das ist also noch ein Torwartfehler. Genau, und da war einfach mehr drin für die Wolfsburger. Vor allem, wie gesagt, ohne rote Karte sowieso. Aber trotzdessen lebt dann da einfach auch die Moral und das muss man halt auch dann loben von den Augsburgern. Die wollten dieses Spiel dann auch gewinnen. Und das ist halt sowas, das spürst du dann schon. Also diesen Drang auch auf den Sieg. Das ist dann auch manchmal diese Welle, auf der ihr zwischenzeitlich mal wart nach dem Bayern-Sieg. Dann klappt sowas halt auch alles. Ja. Muss ja mal überlegen, wenn du jetzt nach Abschlüssen gehst, sind es 15 zu 14 Abschlüsse. Und 5 aufs Tor, 3 drinne von Augsburg. Ja, und Augsburg hatte einen Expected-Goal-Werts von 0,98. Ja. Er hat daraus drei Tore. Also das ist natürlich statistisch auch vom Spielverlauf und von den Schiedsrichterentscheidungen dann schon ein glücklicher Sieg. Das wird denen aber egal sein. 3-1, vierter Sieg in Folge. Und da siehst du halt, was ein vierter Sieg in Folge ausmachen kann. Jetzt auch mal an Gladbach oder Heidenheim. Alle haben da die Chance noch irgendwie auf die europäischen Plätze eben zu kommen. Ja, ein Lauf. Ja, und jetzt ist Augsburg einfach vor Hoffenheim und vor Freiburg zwei Punkte auf Platz sieben. Vor euch sind es jetzt fünf Punkte. Also die haben sich da richtig hochgekämpft durch diese vier Siege. Ziehst du die vier Siege mal ab, dann sind es 23 Punkte. Dann sind sie ganz unten da drin. Also da sieht man mal, wie eng das da im Mittelfeld ist. Und die kamen ja auch tabellarisch von weiter unten. Also Glückwunsch an Augsburg und für uns ja eigentlich längst überfällig damit. Warte, du kannst ja vor allen Dingen, zwei Sachen sind ja noch dabei. Wenn du vier Spieltage zurückrechnest, muss man überlegen. Da hatte Bochum auch immer noch 25 Punkte. Also so im Verhältnis mal. Deswegen meine ich ja es ist ja nicht unrealistisch, dass du vier Spiele verlierst. Richtig. Und Wolfsburg hatte da übrigens 24 Punkte. Also ein Punkt mehr als da. Das ist halt ganz, ganz crazy. Die Augsburger vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, bevor wir zum Wolfsburg-Trainer kommen. Augsburg ist jetzt gerade, stand jetzt, die viertbeste Mannschaft der Bundesliga in der Rückrunde. Nur Leverkusen, Stuttgart und Dortmund haben mehr Punkte geholt. Augsburg hat mit 17 Punkten das Platz 4 in der Rückrundentabelle und hat sogar mehr Punkte geholt als Bayern und RB Leipzig und auch Union Berlin oder halt alle anderen, wie gesagt, die dann dahinter kommen. Aber... Jetzt spielen sie gegen Köln. Und jetzt spielen sie gegen Köln. Pause, kannst du ja dreckig gewinnen, stell dir mal vor, fünf Siege in Folge. Das macht natürlich auch was mit einer Mannschaft. Wir haben ja schon oft dieses Jahr gesagt, wir sehen ja in dem Kader schon ein gewisses Potenzial. Also vielleicht so einer der besten Augsburgskader, den sie je hatten. Ja, und dann Kovac-Entlastung. Ja, wer hätte es gedacht? Ja, aber für uns ist es jetzt schon wirklich überfällig. Also mich wundert es eigentlich, dass es so spät passiert, wie gesagt, mit dem Kader immer wieder verschiedene Spiele, mal gut, mal schlecht. Jetzt zuletzt elf Spiele ohne Sieg, dass sich das überhaupt ein Wolfsburg-Trainer durchhält. Elf Spiele ohne Sieg, ja, ist schon ein Wunder. Also folgerichtig, natürlich bitter für Kovac, dass es ausgerechnet nach diesem Spiel passiert ist, also so wie der Spielverlauf war. Das passt dann wieder ins Gesamtbild. Vorher haben sie wirklich auch schlecht gespielt. Jetzt kommt das Pech und dafür wird er dann entlassen. Aber es geht ja um die allgemeine Entwicklung und da ist es absolut nachvollziehbar. Und viel interessanter finde ich ja da die Besetzung mit Hasenhüttel. Das ist ja jetzt fix, ne? Der ist fix. Man muss auch sagen, dass für mich allein das Sonntag die Entlastung und die neue Trainervorstellung beziehungsweise der neue Trainerfeststand schon zeigt, dass ich glaube, dass dieses Spiel jetzt nur ein Tropfen im Fass noch war. Also da wird man im Hintergrund schon über die letzten ein, zwei Wochen wahrscheinlich alles fix gemacht haben mit Hasenhüttel. Vielleicht hätte man sich auch getrennt nach einem Sieg. Richtig, genau. Oder man hätte vielleicht das sonst anvisiert, dass man gesagt hätte, ey, wir versuchen vielleicht die Saison noch durch, aber wärst du dazu bereit, hier zum Reif Hasenhüttel trotzdem auch im Fall der Falle zu übernehmen? Wer weiß das schon? Es ist natürlich super interessant, Reif Hasenhüttel. Vor allen Dingen wurde ja auch dann, fand ich auch geil, als Ex-Premierleague-Coach jetzt vorgestellt. Natürlich, man muss das mit reinbringen, ist wichtig. Ich bin sehr gespannt, was er mit dem Wolfsburg-Kader schafft, weil der Wolfsburg-Kader hat ja sehr viel Potenzial. Vielleicht schafft er auch so ein Stück weit die englische Härte mit reinzubringen, man weiß es nicht. Es war natürlich so, oder wir haben es ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, für uns wirklich schon längst überflüssig, überfällig. Man muss auch dazu sagen, dass die Aussagen teilweise so unsouverän waren. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen mit diesem Max Kruse-Ding? Ja, okay, aber da fand ich eher Max Kruse unprofessionell, muss ich dir sagen. Da fand ich die Gesamtsituation völlig bescheuert, aber pass auf, also erstmal von Max Kruse muss ich sagen, fand ich es bekloppt, dass er das mit Gerhard mit reingebracht hat, weil er halt auch noch aktiv da spielt. Genau. Aber, dass Max Kruse jetzt zur Anfangsaussage sozusagen, wo er einfach nur erstmal gesagt hat, dass von den Charakterzügen her, Kovac, dass er ihn selber da einfach auf gut Deutsch scheiße findet, so jetzt in meinen Worten. Das finde ich vollkommen auch okay. Also da hätte ich gar kein Problem mit gehabt. Mit Gerhard, da gebe ich dir auch recht, das fand ich auch unprofessionell und auch wie in der Form finde ich auch unprofessionell, aber, jetzt kommt es ja, dann bei der PK, als er da saß, und die wollte ja gar nicht auf Max Kruse speziell eingehen, nur das Thema angeschnitten worden ist, dann wegen Gerhard halt, ne, und dann direkt wieder dieses Aufstehen, dann gehe ich jetzt, dann gehe ich jetzt, dann gehe ich jetzt, das ist halt auch so, genau, das war, genau das, das meine ich halt. Für mich, als, ich habe nichts mit Wolfsburg zu tun, gar nichts, habe auch gar keine Intentionen irgendwie in irgendeiner Weise mit Wolfsburg und selbst für mich war es beim Zusehen unangenehm, das meine ich, ne, und auch, dass er danach gesagt hat, ihr, also die Presse, das ist auch eure Aufgabe, sowas dann zu stoppen, so, im Grunde genommen, ja, und da muss ich auch sagen, im Grunde genommen, wie gesagt, da bin ich bei dir, die unprofessionelle Aussage, gerade gegenüber Gerhard und so weiter, alles klar, aber, dass die Presse, also, was soll die denn stoppen, wenn er mit seiner Meinung das nach außen sagt, ist doch okay. Darüber berichten wir jetzt nicht. Ja, genau, das ist doch völlig bescheuert, so, das wäre ja, also, das macht gar keinen Sinn auch und deswegen, das war ja jetzt nur ein Beispiel, ne, Man kann die Presse für vieles kritisieren, ich kenne ja auch nicht jeden Artikel, vielleicht gab es da auch wieder irgendwelche Bildartikel, die völlig spekulativ unter der Gürtellinie waren, aber so ist eben auch das Geschäft und immer nur diese Medienschelte, das ist für mich eigentlich auch lächerlich, ehrlich gesagt, aber, was man auch nochmal dazu sagen kann, ich fand die Worte eigentlich von Jörg Schmadtke, der sich dann auch noch eingemischt hat, ja, kann man so machen, aber das sind halt alles Leute, die ich generell schon unsympathisch finde, gerade auch Jörg Schmadtke, und dann bin ich da auch nicht neutral, also, ich sage einerseits, bei anderen Leuten würde ich wahrscheinlich sagen, kann man gar nicht machen, sowas, was Max Kruse macht, ich finde halt Max Kruse aber eigentlich irgendwie sympathisch und cool und deswegen denke ich mir dann, ist okay, aber man sollte ja schon fair bleiben und Jörg Schmadtke hat eigentlich so reagiert, wie man es macht, dann zu sagen, es sagt eigentlich mehr über seinen Charakter, wenn er sowas öffentlich sagt, aber, naja, das sind halt auch alles Akteure, die jetzt nicht gerade einen Platz in meinem Herzen haben, sage ich mal und man darf auch immer nicht vergessen, natürlich Kovac ist auch generell angepisst gewesen, wahrscheinlich wusste der, dass es jetzt aufhört, es kommt dann alles zusammen. Ich glaube, da müssen wir, oder muss ich vielleicht auch nochmal ein Stück zurückgehen, ich würde auch nicht anhand dieser PK jetzt irgendwie ihn festmachen oder so, sondern mir geht es ja speziell darum, dass ich allgemein in den letzten Wochen ihn über, also extrem unsouverän fand und ich fand auch allgemein Wolfsburgs Arbeit mit dem Kader, mit all dem, was möglich war und dann, wie man sich nach, ja, dann, wie man sich nach außen teilweise präsentiert hat, völlig am Leben vorbeigezogen, so und deswegen, ja, ganz, ganz crazy. Aber ich dachte schon, vielleicht Florian Kohfeldt. Ich, äh, hab mir fast gedacht, dass du das mindestens einmal heute reinbringst, mit Kohfeldt, bei Eupen raus, ne, auch geil, Boah, ey, ich hab das gepostet, alle schreiben mir direkt, ey, nicht, dass der zu Hertha kommt und so, alle haben immer so krass Angst bei Kohfeldt. Das, das krasse ist ja, dass bei Kohfeldt, äh, der kriegt eine richtige Klatsche, hat einen Punkteschnitt von 0,8 und er muss den Verein anfliehen, dass die den Vertrag auflösen. Ja, ist klar, ey. Bitte, wie, was hat er denn denen die ganze Zeit erzählt, weißt du? Also, der hat nach jeder Niederlage wahrscheinlich gesagt, seht ihr da diese positiven Ansätze? Das, das ist es. Na, er hat dann, äh, auf der jeweiligen Sprache, Belgisch, Französisch, was auch immer sie gesprochen haben, hat er dann natürlich taktisch erklärt, warum alle falsch liegen und er richtig liegt. Ja, naja, natürlich, so ist es ja auch. Und 50 Minuten PKs. Natürlich, genau das muss man dann auch haben, 50 Minuten. Ey. Richtig und wichtig, ja. Aber, nochmal zur Hasenhütte, ist, äh, ist eigentlich ein Trainer, von dem ich ziemlich viel halte. Ja. Ist ja auch mal für seinen schnellen Umschaltfußball bekannt, könnte man vielleicht mit dem Kader sogar machen. Eigentlich erwarte ich mit dem Kader sogar einen Ballbesitzfußball, bei der Qualität, den die hier haben. Ich bin gespannt, wie es wird, weil, nochmal, stell mal vor, jetzt so Trainer-Effekt, du gewinnst drei Spiele in Folge, dann ist Wolfsburg auf einmal international auch wieder in der Verlosung. Da bist du völlig falsch informiert. Das nächste Spiel ist nämlich gegen Bremen. Da ist schon mal, also da, da fängt schon mal gar nichts hier an. Da ist schon mal klar. Wir werden sehen. Ähm, ja, dann hast du ja die perfekte Überleitung gemacht, dann können wir ja zu Bremen kommen. Ja, super. Ja, äh, Ey, das Spiel war genau so, wie wir es beide erwartet haben, beziehungsweise du vor allem auch. Ja. Absolute Katastrophe, vor allem in der ersten Halbzeit, ne? Ja, das ist eigentlich, äh, das ist vor allem kein Fußball. Als Film-Neutralen-Zuschauer. Dass es kein fußballliches Leckerbissen wird, das war eigentlich jedem ja von vornherein klar. Sehr, sehr kampfbetont, sehr viel, also unglaublich viele Zweikämpfe, äh, auch so, ah, immer wieder und kleinere, wie so Unterbrechungen, weißt du, dann liegt da jemand dann. Es gab doch diese eine Phase, irgendwie fünf Minuten, drei gelbe Karten für Union oder so. Ja, ja, das war halt auch so klassisch für dieses Spiel. Ja. Dass da kein richtiger Spielfluss aufkommen kann, das ist ja gewollt auch, also es ist klar. Aber, und das ist so das, was eigentlich viel beschissener war, auf gut Deutsch, 50. Minute gehst du 1-0, äh, in Rückstand, 52. Minute, 90 Sekunden später, kriegst du das 2-0. Du gibst in zwei Minuten dieses Spiel so unnötig aus der Hand, das ist so nervig, weil einfach die Abwehr schläft. Also bei dem Tor von Fertessen haben sich auch viele darüber aufgeht, auch mit Malatini, mit Sicherheit, kannst du da auch sagen, ist er vielleicht nicht perfekt drinnen in dem Spiel auch oder nächstes Jahr auch neu in der Bundesliga, aber er gewinnt eigentlich den Zweikampf. Er spielt den Ball, das ist ja das Schlimme noch dabei und dann fliegt der Ball eben oder geht der Ball zu Gosens, der komplett frei ist. Warum ist dieser Gosens komplett frei im 16er? So, da ist für mich der Schlüssel im Punkt, weil, wie gesagt, Malatini, er spielt den Ball, er spitzelt den Ball weg, also er gewinnt eigentlich den Zweikampf in Anführungszeichen und dann geht der Ball zu Gosens und du siehst richtig, wenn du die Situation zurückspulst auf gut Deutsch, dass, wo der Ball über Außen spielt wird, Malatini geht rechts raus, weil er übernimmt. Was macht aber dann Weiser? Und ich sage das auch als jemand, der Weiser ja sehr mag, aber was macht Weiser? Der muss dann mit Zulauf, der muss dann nach innen gehen. Und da nach innen, wer ist da frei? Gosens. Das ist dann Malatini, der aber übernommen hat. Geht auch nicht. Dann kommt Vertessen. Hat gab es schon mal so eine ähnliche Situation, wie, das war in Dortmund, glaube ich. Das war mit Weiser relativ ähnlich. Ich weiß nicht mehr, mit wem das da ankommt. Der scheidet da manchmal ab, was das angeht. Aber dann kommt Vertessen, knallt den halb full rein, kann auch keiner was machen. Passives Abseits vielleicht. Also wurde schon öfter mal gepfiffen, sowas. Das ist eigentlich, also wenn man das hart auf hart zieht, ist das zu 100 Prozent ein Tor, was zurückgenommen werden muss, eigentlich. Ich habe mich aber auch gar nicht groß drüber aufgelegt, weil ich es auch im Spiel gar nicht wahrgenommen habe. Ich habe es erst nach dem Spiel richtig wahrgenommen. Und deswegen, guck mal, das ist ja auch so ein Ding, wenn jetzt die Leute zum Beispiel mir vorwirfen, man darf sich am Tietricher-Anscheidung festmachen und so weiter. Siehst du, genau deswegen mache ich es ja bei uns eben auch nicht. Ich sage auch bei uns, wir haben auch nicht deswegen verloren. So, natürlich regt mich das auf im Nachgang, wenn ich dann sehe, dass das Abseits ist. Passives Abseits. Es steht halt genau vor Zetterer. Auf der anderen Seite finde ich die Regelung aber auch dumm, in Anführungszeichen, weil das Ding hätte der auch niemals gehalten, wenn er den gesehen hätte. Also das ist Winkel links, Innenpfosten rein, egal. 52 Minuten, bis dann wieder komplett unaufbessern. Das für mich stimmt auch die komplette Abstimmung nicht. Linien verliert den Zweikampf zweimal eigentlich. Das ist viel zu einfach. Ja, ja. Das ist ein Doppelpass im 16. Da darf auch niemals so gespielt werden. Da kannst du auch wieder nicht ein viel verantwortlich machen, sondern da stehen alle schlecht. Sonst kommt sowas gar nicht zustande. Ja, und dann ist es wirklich für mich viel zu wenig von Werder nach vorne, weil Union wirklich wenig da noch gemacht hat nach diesen 2-0. Weiser trifft nochmal zum 2-1 nach einer Ecke, ausgerechnet nach einer Ecke. Da habe ich schon wieder gesagt, oh Gott, jetzt kommen schon wieder die ersten 1-2, die sagen, siehst du, du kannst doch Standards. Das ist 0,0, hat das irgendwas mit Dux zu tun, dieses Tor. Den muss Renault auch halten. Genau, das ist zum einen ist ein Torwart Fehler, der da wartet, zum anderen ist es ein Geistesblitz von Mitchell Weiser, der das sieht und sich vor ihm schleicht, genau im richtigen Zeitpunkt und dann eben das Ding reingeht. Aber die Ecke an sich ist ja scheiße. Genau, die ist ja wieder schlecht getreten, es ist wieder viel zu nah am Torwart ran auch. Das ist so wie 100 Ecken davor und deswegen regt mich das ja so auf, weil wir aus Standards so wenig machen. Es geht mir gar nicht darum, wer die schießt. Von mir aus soll der dritte Torwart die schießen, aber bitte mit einer Idee dabei, weißt du? So und dann muss man mal überlegen, du machst 1-2-1, 63 Minuten. Das heißt eigentlich, alles, das ist so klassisch dieses, jetzt kannst du voll aufs 2-2 gehen, so. Und dann kommt so wenig von Werder. Wir haben insgesamt im Spiel zweimal aufs Tor geschossen, zweimal. Im letzten Drittel, da ging nichts, da kommt noch Kovnacki rein, gefühlt fällt der nur auf durch Fouls oder durch irgendwelche Kopfbälle, wo der hoch springt. Der im letzten Drittel, Torgefahr gleich 0,0. Ich habe noch nie Kovnacki aufs Torrennen sehen in der Bundesliga und dachte, oh, jetzt ist er gleich drin. So, das ist völlig geistkrank aus dem Mittelfeld heraus, dahinter kommt gar nichts. Dass ein Alveru irgendwie auch nicht in der Startelf steht, das ist sowieso crazy, aber der wird, gegen Wolfsburg wird der in der Startelf hundertprozentig stehen. Wir haben ja drei Sperren, also Weiser, Sennelinen und Stay. Natürlich drei gelbe Karten gegen Union abgeholt, wer hätte das gedacht. Ja, alle gesperrt. Das heißt, Alveru wird wahrscheinlich in die Startelf kommen. Naby Keita kam das erste Mal mal wieder rein. Das war auch ein großes Wunder, dass wir ihn sehen konnten. Und jetzt, das hat mich dann auch so im Rückblick wieder mega aufgeregt, weil du, guck mal, gegen Dortmund bist du eine Halbzeit lang einmal mehr, ne? Eine Halbzeit lang einmal mehr und schaffst es nicht, bis zur letzten Minute diese verkackte Dreierkette aufzulösen mit einem Mann mehr. Gegen Union Berlin holst du auf einmal einen Innenverteidiger raus und spielst mit Viererkette. So in den letzten 20 Minuten. Oder letzten, ich glaube, es war der erste, der 85. Ist ja egal. Auf jeden Fall Schlussphase dann mit eben ein Mann weniger hinten drin. Ist ja auch richtig. Du musst aufs 2-2 gehen. Weißt du, das finde ich ja auch okay. Aber da ist halt für mich und das ist so das, was mich auch so extrem aufregt, wir haben jetzt dreimal hintereinander verloren. Davor das Unentschieden gegen Darmstadt, was wir hätten auch verlieren müssen eigentlich aufgrund der letzten Situation. So, da bin ich auch komplett fair. Darmstadt, ich kann die alle verstehen. Und wenn du diese vier Spiele hast, dann ist für mich nicht nur das ein klarer Negativ-Trend, dafür musst du ja nicht, weißt du, bis 13, um das zu sehen. Sondern für mich ist auch, und das ist das, was mich am meisten aufregt, es gibt einfach keine Entwicklung, keine fußballerische Entwicklung. Und ich mache der Abwehr keinen Vorwurf. Du kriegst da zwei Gegentore, ist dumm, ist scheiße, aber wir haben da auch viele Verletzte. Also jetzt, wenn man die letzten Wochen anguckt, wir mussten die ganze Zeit umbauen in der Abwehr, die ganze Zeit. Wir haben immer, fällt jemand aus, dann kommt Stark zurück, wieder verletzt, Friedl fällt immer noch aus, Pipa ist jetzt gerade im Aufbautraining, Welkowitsch kam gerade erst zurück, geisteskrank unsere Abwehrprobleme, aber wir kriegen ja auch vorne nichts geschissen. Wir schießen ein Tor im Schnitt gerade. Das ist zu wenig. Wie willst du denn so die Dinger gewinnen? Weißt du? Ja. Wobei das gegen Union natürlich auch extra schwer ist, gerade bei denen im Stadion. Das war wieder ein Sieg, 2-1 im absoluten Union-Style, wie man ihn eigentlich kennt. Das muss man klar so sagen. Die wenigen Chancen haben sie dann eiskalt genutzt. Ich erinnere mich bei euch noch an eine Chance, die ist dann wahrscheinlich gar nicht mit drin. Es war eine sehr gute Chance für Justin Jinma. Da ist er dann zu zögerlich, wo dann noch einer dazwischen kommt. Aber ich glaube, es zählt dann nicht mal als Torschuss. Ja, ansonsten war es natürlich zu wenig Aktionen, gerade spielerisch auch nach vorne. Ich wollte jetzt hier noch mal gucken nach Expected Goals gerade. 1,28 zu 1,14. Naja. Ist halt eigentlich ein Unentschieden, aber ja, so gewinnt halt Union ihre Spiele, weiß man auch. Und sie haben ja jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gewonnen gehabt. Für sie jetzt auch kein unwichtiger Sieg. Sonst wären sie nämlich weiterhin punktgleich mit Wolfsburg und Bochum, die ja beide nur noch sechs Punkte vor Mainz sind. Haben sich so wieder Luft verschafft und ja, ihr kommt nicht mehr so richtig voran. Niemandsland gerade. Aktuell niemalsland. Das Problem ist, das ist halt diese 30-Punkte-Marke, die wir kennen. Damit sind wir damals abgestiegen mit zehn Niederlagen in Folge. Und einen Unentschieden haben wir, glaube ich, nochmal Gold gehabt zwischendurch. Das ist schon für die verdrängten Erinnerung. Aber das war übrigens auch nach dem 24-Spieltag mit 30 Punkten. Also das erinnert alles immer auch an blöde Zeit. Letzte Saison hatten wir aber auch lange da diese 30 Punkte. Diese Saison ist halt so das, weswegen man sich da jetzt noch nicht, sag ich mal, gerade riesen Drama schieben muss. Ah, du hast elf Punkte Abstand auf 16 und die letzten drei Punkten so wenig, dass du in Anführungszeichen in diesem Niemandsland verschwindest gerade. Was nur extrem traurig ist und das ist halt das, was mich auch aufregt allgemein. Ich gönne dich auch den Augsburg an gerade. Ich lese das schon hier, teilweise auch bei Social Media überall, Europa-Träume und so weiter. Und wenn es nicht passt, dann ist es ja nicht schlimmer, allein das gerade erleben zu dürfen. Genau das ist das, was man bei Werder auch gesagt hat. So, das ist ja einfach schön, wenn man mal diese Welle leben kann und das träumen kann. Jetzt aber kommt mancher auf die Idee, das davon abhängig zu machen, dass man darüber geredet hat, dass der deswegen ein Negativtrend ist. So bescheuert. Das nehmen ja auch immer gerne Leute, die in der Verantwortung sind oder so als Ausrede. Ja, dann war der Druck zu groß und so weiter. Alter, das sind alles Fußballprofis. Wenn man dann, darf man gar nichts mehr öffentlich irgendwie darüber sagen, als es ist doch klar, wenn die Chance da ist, dass darüber geschrieben, sorry, dass darüber geschrieben oder gesprochen wird, wir haben die Chance auf Europa, gerade in diesem Jahr, wo es so eng ist. Ja. naja, ist schon enttäuschend, aber es ist ja trotzdem immer noch auch alles offen. Ihr seid ja immer noch in der Position, da punktet ja auch kaum einer mal konstant, dauerhaft, also mit zwei Siegen oder so in Folge, bist du ja auch wieder ganz oben mit dabei wahrscheinlich. Bei Bremen wird halt das, was schwer wird, dass jetzt, wie gesagt, jetzt natürlich Leitenspielpause, dann kommt Wolfsburg mit neuem Trainer, das wird extrem hart werden. Gott sei Dank aber ein Heimspiel wenigstens, da hoffe ich so, dass dann die Stimmung wenigstens Bombe ist, weil die Werder-Fans ja echt immer alles geben. Dann kommt aber Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart, Prost Mahlzeit, dann Augsburg, mal gucken, wie dann die Welle immer noch ist. Stell mal vor, die ziehen die Welle weiter, Junge, Junge. Und dann sind die letzten drei Spieltage, die vielleicht je nachdem für alle drei Mannschaften entscheidend sein können. Gladbach, Leipzig, Bochum. Also unser Flussprogramm hat es auch noch krass in sich, wenn du allein Leipzig, Leverkusen, Stuttgart und Frankfurt noch dabei hast. Und ich verstehe da auch total, weil wir da sehr ähnlich sind vom Mindset. Ich kenne das, dann sagen Leute, und das sehen wir dann beide halt immer komplett anders, dann sagen Leute, ja, hätte man zur Winterpause gesagt, dass wir so easy im Mittelfeld sind, wäre doch jeder zufrieden gewesen. Aber ich muss doch die Ziele auch höher stecken. Das ist ja genauso. Natürlich bin ich dann irgendwann auch enttäuscht. Wie wäre ich auch als Stuttgart-Fan? Wir hatten ja oft mit Felix drüber gesprochen, enttäuscht, wenn die nach der Hinrunde auf einmal nicht mal mehr in der Europa League gelandet wären in der Rückrunde. Also du musst ja die Ziele dann auch anpassen. Sonst könnte ja jetzt Stuttgart weiterhin sagen, das ist doch gut, wir haben den Nichtabstieg perfekt gemacht, ganz früh in der Saison. Das ist ja Quatsch. Natürlich musst du auch die Ziele dahingehend dann anpassen. Ja, dann kommen wir zu Bayern. Die haben 13 Tore in zwei Spielen erzielt, lagen sogar zurück in Darmstadt. Honsack, toll durchgetankt, dann Skarke mal wieder. Mit dem Tor, aber die Bayern ja absolut verdient am Ende 5-2 gewonnen. Ein überragender Musiala. Musiala, ja. Boah, war der krass. Also, ja, das war wirklich wie Fahnenstangen. Manchmal war mir dann auch zu wenig Gegenwehr, aber es ist auch unfassbar schwer, wie er da mit seinen Schlangenbewegungen, Schlangenbeinen und diesem Tempo ins Dribbling, in jede kleine Lücke reinstößt. hat ja das 1-1 dann gemacht, vorbereitet, auch sehr gut eingeleitet von Pavlovich im Übrigen, der ja zum ersten Mal nominiert wurde für die Nationalmannschaft. Dann hat Kane wieder ein Tor gemacht, ist jetzt übrigens bei 31 Toren. Mal gucken, je nachdem, wie Bayern jetzt noch spielt, ob da vielleicht noch mal der Lewandowski-Rekord kratzen könnte. Ist verletzt. Kane? Der ist also verletzt rausgegangen auf jeden Fall. Okay, naja, Diagnose bei Kane ist da. Aber 31 Tore ist auf jeden Fall eine Ansage nach 26 Spielen. Dann haben wir ja nochmal dieses krasse Tor von Musiala gesehen. Das war wirklich crazy, aber auch ohne Gegenwehr. Gnabris-Tor hat er auch noch vorbereitet und Tell dann am Ende noch mit 5-1, Wilhelmsson dann am Ende nochmal mit Ergebniskosmetik, aber nach allen Daten, Statistiken, wie Bayern gespielt hat, absolut verdienter Bayern-Sieg. Jetzt kann man sagen, nach den Spielen gegen Mainz, Lazio, Rom und gegen Darmstadt, naja, vielleicht spielen sie jetzt auch wieder ein bisschen befreiter auf, nachdem man weiß, dass es nächstes Jahr nicht mit Thomas Tuchel weitergeht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Sie haben Druck ausgelöst auf Leverkusen, hat aber nicht viel gebracht, sehen wir ja dann gleich noch. Aber es könnte halt einfach zu spät sein und man muss ja auch dazu sagen, das sind halt auch alles Pflichtsiege. Also Lazio, Rom ist keine Gurkentruppe, aber das war ein Pflichtsieg, Mainz war ein Pflichtsieg und Darmstadt ist ein Pflichtsieg. Gucken wir mal, werden die Spiele dann gegen Dortmund und so weiter kommen, wie sie dann funktionieren. Ich habe die drei Verletzungen gerade rausgesucht mal. Also bei Rafael Uguero ist extrem bitter, der hat nämlich wieder einen Muskelfaserriss im Oberschenkel, das heißt, der wird auch nicht zur Nationalmannschaft reisen. Dann Pavlovich, der die Kopfverletzung hatte. Aber das wird wohl gehen, ne? Genau, bei dem es Gott sei Dank nicht so schlimm ist, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und bei Kane gibt es ein Fragezeichen, das ist eine Verletzung am Sprunggelenk. Der reist zwar zur Nationalmannschaft mit, der wird dann da weiter untersucht, also in enger Abstimmung. Aber ob der ausfällt oder nicht, steht bis jetzt zumindest gerade noch nicht fest. Das ist eine Verletzung am Sprunggelenk, keine Ahnung. Ja, das auf jeden Fall auch nochmal da so. Gucken wird ja auch noch wichtig sein. Wir spielen ja dann gegen Arsenal. Ja, Musiala aber trotz dessen auch nochmal gesagt, super krasses Spiel. Und das ist übrigens etwas, was man ja immer auch gesagt hat, der hat ja diesen enormen Drang auch ins Eins gegen Eins zu gehen und dann so ein bisschen Ausland zu lassen. Das macht ja richtig Bock und Hoffnung auf die EM, wenn er sowas dann auch macht, weil er wird mittlerweile besser bei der Entscheidungsfindung. Es war nämlich ganz oft ja so, dass er sich dann irgendwann festgelaufen hat. Dann hätte er entweder spielen oder schießen müssen, müssen dann auch. Und jetzt wird er da wirklich deutlich besser. Er ist ja auch extrem jung, das vergisst man ja auch immer mal so ganz schnell. Aber der hat so unfassbar viel Potenzial. Super Typ, ehrlich. Wahnsinn. Was wir da für zwei Spieler vorne haben, Musiala kann ja auch Flügel spielen, hat er ja jetzt glaube ich sogar nominell gemacht. Hat er links. Zehn Tore, sechs Vorlagen hat er schon wieder und das in der Saison, wo man zwischenzeitlich gesagt hat, das ist jetzt nicht seine beste Saison. Überleg das mal, der ist schon verrückt gut. Absolut, ganz klar. Ja, Stuttgart. Stuttgart habe ich mir live reingezogen. Ich auch. Alter, war das, dass die für einen Fußball spielen, diese hohen Balleroberung und wie es dann nach vorne geht im Kombinationsfußball ist unglaublich. Du siehst den natürlich auch in jeder Pore das Selbstbewusstsein an, ob es ein Girassi ist, der dann mit der Hacke vorlegt, ob ein Girassi dann auf einmal hier den Ronaldinho-Trick macht und dann mit jemandem tunnelt. Und die haben so die Ruhe weg, gewinnen alle Zweikämpfe. Die Tore, ey, wie die rausgespielt sind, das ist wirklich ein Traum. Also da läuft alles wie am Schnürchen und da kannst du eigentlich, auch wenn Hoffenheim natürlich heimschwach ist, denen gar nicht so einen großen Vorwurf machen, weil Stuttgart war einfach zu krass. Mio dann 1-0, 16 Minuten, das war so krass rausgespielt. Und so 20 Minuten danach dachte ich mir, ey, ganz ehrlich, Hoffenheim kann froh sein, dass es hier nicht schon 3-0 steht. Ja, ja, ist ja so. Wäre absolut verdient gewesen. Girassi dann vor der Pause hat noch einen Deckel eigentlich so schon drauf gemacht, alleine wegen der Spielweise. 2-0, 45. Minute und Leveling in der zweiten Halbzeit dann noch in der 68. Minute mit dem 3-0, was in der Höhe absolut verdient ist, auch wenn Kramaric am Ende nochmal einen Lattentreffer hatte. Wahnsinnsleistung. Man hatte auch das Gefühl, dass die Nominierten gefühlt nochmal motivierter waren für die Nationalmannschaft. Und auch wieder mit zwei Vorlagen. Ja. Also wahnsinnig. Hätte sogar höher ausgehen können, muss man ja auch so sagen. Eigentlich müssen sogar. Zwischenseitlich, ja. Die haben ja mit den Katz und Maus gespielt, war ja auch nachzu das Heimspiel für die Stuttgarter. Ich weiß gar nicht, wie viele am Ende da wirklich da waren. Das ist so crazy. Überlegte 3,35 Expected Goals zu 0,23. Und Hoffenheim ist ja keine Gurkentruppe. Nee, aber das ist halt genau das, was einfach Spaß bringt und warum man auch sagt, die Saison Stuttgart-Leverkusen kannst du dir immer wieder angucken. Die spielen einfach einen geilen Fußball. Selbst wenn mal die Ergebnisse vielleicht gar nicht so passen, in dem Fall passt es ja, aber selbst wenn die mal nicht so passen, dann ist das trotzdem immer sehr sehenswert und macht allen einfach Spaß. Du siehst auch, wie die Fußball spielen wollen und das ist sowas, was man immer so bei seinem eigenen Verein dann auch ganz gerne mal vermisst, sage ich mal, weil einfach, es geht ja im Endeffekt gar nicht darum, dass du immer gewinnen musst oder so, aber dass du zumindest erkennen kannst, was ist hier die Idee, was will man hier eigentlich so und worauf ist das abgezielt und das ist halt bei Stuttgart, die machen das super vor und auch da muss man ganz klar sagen, ja, der Kader hat sich ein Stück weit verändert, aber der Hauptgrund, warum das bei Stuttgart so läuft, ist, weil da eine Spielweise angepasst worden ist, weil der Trainer wirklich für eine Art und Weise steht, Fußball zu spielen, sich weiterentwickelt hat, im Sommer auch nochmal und das eben absolut auf den Rasen bringt. Jeder das so angenommen hat und da geht alles Hand in Hand, also das ist einfach genial und für mich auch nicht der Gerasi in Anführungszeichen, auch wenn er so viele Tore gemacht hat und ganz klar ein Dings ist, aber für mich ist hier kein einzelner Spieler ein Erfolgsgerand, sondern es ist die Spielidee. Und du siehst halt, dass mit der Spielidee und dem Spielstil jeder Spieler sich weiterentwickelt, jeder Spieler besser wird, das ist wirklich Wahnsinn, Hoeneß hat ja jetzt auch verlängert, ist glaube ich auch ein gutes Zeichen einfach gewesen nochmal, aber das ist genau das, was du sagst. Du guckst als Neutraler dahin und sagst, ey, das ist wirklich eine deutsche, absolute Topmannschaft, wie die Fußball spielen. Das ist unglaublich und die strotzen nur so vor Selbstvertrauen. Ich glaube, dieses eine Tor und das passiert dann halt, wenn du eine Spielidee hast und alles abgestimmt ist, Laufwege, jeder bietet sich an, möglichst wenig Ballkontakte in den Passstaffetten, Direktpassspiel, es ist erstens schwer zu verteidigen, aber du brauchst halt auch Selbstvertrauen dafür und bist auch angewiesen auf deine Mitspieler. Ich glaube, Form 2-0, Anton gewinnt einen Zweikampf auf der Seitenlinie eigentlich und der schlägt den halt nicht irgendwo einfach blind hin, sondern gezielt ins Zentrum, wo dann eben wieder eine Torchance daraus entsteht und das sind so kleine Sachen, wie man immer sagt, Spieltorchancen generieren, fängt in der Abwehr an und verteidigen fängt im Sturm an und häufig hat man bei so vielen Mannschaften das Gefühl, dass da jeder irgendwie für sich selber auf seiner Position spielt und bei Stuttgart ist es halt perfekt ausgefeilt und für uns alle, die ja immer sagen, sowas geht nicht, dafür brauchst du die Spieler, die Spieler, die Spieler. Letztes Jahr, die letzten Jahre haben mir immer alle gesagt, ich schätze den Stuttgart-Kader zu gut ein, jetzt sagt man, ja der Stuttgart-Kader war ja eh immer schon so gut. Ja, es wird immer so ausgelegt, auch einfach dann, wie man es braucht, sage ich mal. Ich glaube schon, dass auch Pech dabei war und nicht das Selbstvertrauen, aber dass die Spielidee von dem jetzigen Trainer einfach besser ist und nicht zu vergessen, klar kam Undaf dazu, aber war am Anfang ja auch noch verletzt, da ist aber auch ein Endo gegangen, da ist ein Mavropanos gegangen, da ist ein Sosa gegangen, also es ist ja jetzt nicht so, dass die alle Bankwärmer waren. Ja, ja, das ist auch so und da muss man auch überlegen, jetzt mal für die Leute, die ja auch immer sagen, Dreierkette wird immer moderner und so weiter, guck mal wie Stuttgart auch spielerisch, wie die damit umgehen, dann zwischenzeitlich unter der Saison auch Dreierkette gespielt, aber auch Viererkette und jetzt eine Viererkette, wo du eigentlich sagst, Hoffenheim hatte eigentlich zwei Chancen, so ein Schuss aufs Tor und diesen Aluminiumtreffer, das war's, das hat man nicht zugelassen, mit eigentlich allen Spielern, die nach vorne gehen, nur Ito und Anton sind hinten geblieben. Und selbst der geht ja nach vorne und häufig mit Ito. Ja, das ist ja das, also das Bescheuerte, aber das ist ja das Krasse, so Mittelstett und Wagnumann sind Außenverteidiger einer Viererkette in diesen Formationen gewesen, die die Linie natürlich komplett beackern, also so weit vorne stehen, dass eigentlich nur Ito und Anton hinten, wie gesagt, Ito, der auch immer wieder nach vorne stimmt, Stiller, der dann ein Stück davor alles leitet, so ein bisschen der Dirigent ist und Karazor als Zweikampfmonster, alles andere ist offensiv, also es ist nur nach vorne gedacht, das ist geil, das ist attraktiv, das macht Spaß und das ist auch viel mehr der Fußball als zu sagen, ich stelle mich, sage ich mal, ich baue so defensiv wie möglich, so kompakt wie möglich, um möglichst wenig zuzulassen, aber wie ich dann selber vorne die Tore mache, ist dann eher Zufallsprodukt, sage ich mal. Ja, vor allem, wie gesagt, so hast du es halt auch, die sind ja leider sehr stark an Ivo Maser von uns interessiert, so hast du es halt auch leicht Spieler zu überzeugen, selbst wenn Stuttgart jetzt eben nicht mithalten kann mit den Top-Klubs oben wie Dortmund, Leipzig und Co., aber da wird der ein oder andere Spieler sich vielleicht dann eher für Stuttgart entscheiden, weil er sagt, boah, aber an dem Weg glaube ich, da habe ich Bock drauf. Und da Pro sogar, also allein, und dann natürlich auch noch Champions League, ne? So, wird ja höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen. Kommen wir zu den Leverkusenern weiterhin, ey, das war ja auch unter der Woche schon krass, dieses 3 zu 2 gegen Karabag, da wären sie mal knapp an der Niederlage gewesen und dann in der Nachspielzeit zwei Tore von Schick. Gut, die rote Karte vielleicht auch ein bisschen was gut habe, aber die haben ja nach der roten Karte erst das 2 zu 0 bekommen. Und die haben halt diese Moral, auch wenn das, man muss ja auch sagen, das Spiel gegen Karabag, die haben halt wirklich ihre Chancen eiskalt genutzt. Ganz interessant war ja, dass der Trainer sogar mal hospitiert hatte bei Alonso, deswegen fiel es ihm wahrscheinlich auch so schwer gegen ihn zu spielen. Also Alonso, da haben sie sich schon ein bisschen schwer getan, auch wenn da ja Chance über Chance da war, sie bloß nicht genutzt hatten. Jetzt sind sie richtig gut reingestartet gegen Freiburg, die sind ja leider gegen West Ham rausgeflogen, 5-0, schade. Und man ist direkt nach zwei Minuten in Führung gegangen. Florian Wirth, schönes Tor, aber auch irgendwie überhaupt keine Gegenwehr da gewesen, lief perfekt. Gab dann aber relativ früh den Ausgleich noch durch Dohan und dann kam aber Leverkusen auch wieder in die Spur. Das war dann schon auch ein Torwartfehler für mich von Logiek. Ich weiß nicht, was der da macht, kommt irgendwie voll inkonsequent raus, dann kann er den Ball auch nicht festhalten, dann muss Logiek nur noch einschieben und nach der Pause direkt das 3-1 durch Patrick Schick, schönes Tor, ein bisschen Pingpong, ein bisschen Glück, war aber auch verdient. Ja, Leverkusen hat sich, ich fand jetzt nicht, wir haben das jetzt schon des Öfteren gehabt, dass Leverkusen so wie in der Hinserie die Gegner komplett wegdominiert, manchmal auch schon Schwierigkeiten, sich Chancen zu erspielen, aber es reicht im Moment halt einfach noch und sie bleiben halt konstant und gewinnen und gewinnen und gewinnen und jetzt sind es nur noch acht Spiele, Keite hat dann noch für Hoffnung gesorgt, zwei, drei, jetzt sind es nur noch acht Spiele, zehn Punkte Vorsprung, ne? Ja. Ja, zehn Punkte Vorsprung kannst du dir ja ausrechnen, also eigentlich müsste Bayern jetzt alles gewinnen, das könnte vielleicht sogar noch passieren im Schlussspurt, dann muss Leverkusen aber Minimum mal vier Spiele verlieren oder keine Ahnung, fünfmal unentschieden spielen oder so. Die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr gering, also Leverkusen hat alles in der eigenen Hand und man sieht ja auch immer wieder trotzdem diese Moral, ne? Also auch wie du schon gesagt hast, unter der Woche bei dem Spiel, auch trotz der roten Karte, dann kam ja erst das 2-0 und trotzdem haben die sich nicht kleinkriegen lassen, immer weiter nach vorne und auch mit allem Mann nach vorne, natürlich ein Schick, der dann auch nochmal extrem viel Willen gezeigt hat, muss man auch mal ganz klar so sagen, aber ja, Leverkusen in dieser Saison, das ist schon echt Geisteskampf, man hat auch irgendwie das Gefühl, dass die so, die geben so ein bisschen diese Form von unschlagbar ab, selbst wenn die gar nicht so ein gutes Spiel machen, du kannst die einfach nicht besiegen irgendwie, dass immer noch irgendwie was möglich und diese Rotationsmaschine geht ja auch durchgehend, Alonso rotiert, hat auch wieder so einen Fingerzeig an alle, die immer sagen, du brauchst eine Konstante, die sich einspielen muss und so weiter, die muss die ganze Zeit eingespielt sein und wenn du mal drei Spieltage auf den Spieler verzichtest, ist das total schlecht und dann hast du auf der anderen Seite so einen Alonso, der sagt, wir spielen dreimal die Woche gefühlt, da rotiere ich auch mal acht Spieler und du siehst trotzdem die Spielweise, klar siehst du dann individuell manchmal, natürlich hat jeder individuelle Stärken und Schwächen, aber du siehst eben, dass die Spielweise trotzdem fortgeht, warum, weil natürlich, das hat er ja auch mal erklärt, er trainiert ja nicht nur mit elf Spielern, also beim Training sind ja trotzdem alle dabei und das ist so das, wo ich mir manchmal so denke, wenn andere Trainer dann so über Sachen reden, wo ich mir sage, Alter, also verstehst du das so, ja das ist so crazy halt, Alonso ist schon krass, muss man echt sagen. Aber klar hat Leverkusen auch den Vorteil, dass sie echt einen breit besetzten, geilen Kader haben, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, es gibt da ein paar Klubs, die auch schön Fußball spielen, die haben halt Schwierigkeiten, wenn denen die einzelindividuellen Spieler fehlen. Aber ich meine, auch Wirtz hatte ja eine Weile gefehlt, auch da lief es sehr gut. Also es ist halt absolut verdient, 3-2 gewonnen und relativ überraschend, gab dann schon nach dem Spiel erste Gerüchte, wurde dann kommuniziert, was ich schade finde, aber auch völlig okay und nachvollziehbar ist, der war jetzt ja zwölf Jahre Trainer bei Freiburg. Christian Streich hört zum Saisonende auf. Was denkst du, macht der nochmal was Neues oder will der einfach seine Ruhe haben? Irgendwie schätzt man den eher so ein, als ob er seine Ruhe haben will. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwo Trainer nochmal wird. Ich habe nur gesehen, Bild direkt, wird er jetzt Bayern-Trainer? Ja gut, die sind ja wieder on fire, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwo Trainer wird, sage ich ganz offen und ehrlich. nicht. Ich glaube, dass der sich eher so ein Stück weit sogar zurückzieht oder irgendwas im Vorstand oder so bei Freiburg halt macht, also irgendwie was, weißt du, wo der auch vielleicht nicht jeden Tag auf dem Platz stehen muss, mehr, ne? Der wird aber am Herzen immer bei Freiburg sein und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob Streich jemals sich selber nochmal bei einem anderen Verein sehen würde. Das kann ich mir irgendwie auch gar nicht vorstellen. Manche hatten auch schon spekuliert, so Nationaltrainer vielleicht nach Nagelsmann. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall absolute Legende in Freiburg, hat dafür gesorgt, aus Freiburg eine eher Fahrstuhlmannschaft, häufige Zweitliga-Beteiligung, eine Mannschaft zu machen, die jetzt regelmäßig international spielt, sich toll aufgestellt hat und ist natürlich für, also wenn du jetzt aus Freiburger Sicht denkst, eigentlich ganz, ganz traurige Nachricht, auch wenn man es ihm natürlich gönnt. Also welcher Trainer ist zwölf Jahre bei seinem Bundesliga-Klub heutzutage, aber das ist natürlich schade, man will natürlich nicht, dass es zu Ende geht, aus Freiburger Sicht. So ist es ja auch, ja. Aber trotzdem da auch nochmal Glückwunsch für die tolle Zeit einfach bei Freiburg, das muss man auch so sagen. Hoffentlich spielt er eine gute Saison noch zu Ende, so und dann der Nachfolger soll ja wohl Schuster werden, ne? Ja, der Spieler von Freiburg wäre ja wieder passend. Sie hatten ja letztes Jahr auch relativ viel Erfolg mit Thomas Stamm in der dritten Liga mit der zweiten Mannschaft, wer weiß, was da passiert, aber ich finde, zu Freiburg würde so eine Interimslösung schon passen. Die suchen das auch gewählt aus. Klar gab es auch mal andere Zeiten, aber wir erinnern uns ja auch noch an die Zeit von Volker Finke. Freiburg ist ja schon so ein Verein, wo ein Trainer dann sehr, sehr lange arbeiten kann, wenn man da eben zufrieden ist und sehr, sehr ruhig arbeiten kann. Du hast natürlich auch nicht diesen krassen Erfolgsdruck im Umfeld einfach dort, ne? Aber ich bin gespannt, wie sich das alles ändert, wenn du dann beispielsweise jetzt einen neuen Trainer hast und bist auf einmal im Abstiegskampf. Keine Ahnung, wie dann das Umfeld reagiert, was man gar nicht mehr so kennt. Oder man hatte immer einen Streich, wo man gesagt hat, ey, der hat uns überhaupt erst dahin geführt. Ja, das wird echt sehr, das wird wirklich sehr interessant. Aber ich glaube, dass die Freiburger allgemein halt auch so sehr ruhig arbeiten und arbeiten können, deswegen muss man da natürlich immer gucken, ja. Ja, kommen wir zum letzten Spiel. Dortmund unter der Woche in der Champions League weitergekommen, verdient gegen PSW Eindhoven. Ganz, ganz wichtig für Dortmund und auch für den deutschen Fußball natürlich. Jetzt gegen Eintracht Frankfurt. Sicherlich auch einige Dortmunder frustriert, weil Vöhlkrug ja der einzige BVB-Spieler ist, der berufen wurde für die Nationalmannschaft. Ja. Kein Brandt, kein Hummels, kein Schlotterbeck, Can sowieso nicht. Kein Süle. Kein Süle. Kein Wolf. Kein Reus. Alles, ne? Adiemi. Die Liste ist lang. Ja, Adiemi stimmt, ist eine sehr lange Liste. Ja. Und man ist auch in Rückstand geraten. Eigentlich hatte man mehr vom Spiel, ist aber in Rückstand geraten. Pacho Ballgewinn, super Spieleröffnung, wie man es von ihm kennt. Unfassbar schlecht von Schlotterbeck gemacht. Also keine Ahnung, was er da machen will. Die sind zu zweit gegen einen an der Mittellinie. Ich weiß nicht, warum er da nach vorne verteidigt und dann am Ball da vorbei rennt. Clever gemacht von Mamouche, der kann ihn nicht verwerten und dann ausgerechnet Götze natürlich vor der Fankurve, der Dortmunder trifft dann zum Tor. Ist wieder so typisch. War zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so, dass man gedacht hatte, Frankfurt wäre jetzt die viel bessere Mannschaft, Dortmund auch danach mit mehr Chancen. Aber zwischenzeitlich, gerade so auch in der zweiten Halbzeit, dann stand es ja 1-1 durch Adiemi, der hat sich auch richtig gefreut über sein Tor, wie man gesehen hat. Zwischenzeitlich war dann wieder so eine Phase, wo man dachte, boah, kommt da jetzt noch was von Dortmund? Aber dann, gerade in der Schlussphase, viele Distanzschüsse, Mahlen, Hummels und so weiter, da wollte man es dann auch nochmal erzwingen und hat es dann eben auch geschafft, das Spiel für sich zu entscheiden mit 3 zu 1. Wir wollen ja auch nicht immer so die Nörgler sein, das ist auch immer blöd, weil im Endeffekt, wenn wir bei Leverkund sagen, das ist souverän, die gewinnen ihre Spiele, dann kannst du es natürlich auch bei Dortmund sagen, es ist ja kein einfacher Gegner, Eintracht Braunschweig, und du hast am Ende dann noch durch zwei Standards, einmal Brand auf Hummels, Flugkopfball, und einmal Elfmeter durch Emre Can, 3-1 gewonnen, absolut souverän, auch verdient gewonnen, wenn du dir die Spielanteile anschaust. Ich werde trotzdem einfach nicht warm mit dieser Spielweise irgendwie. Ja, jetzt meinst du auch, ich meinst. Überzeugend finde ich es nicht, aber trotzdem muss man sagen, sie erfüllen halt derzeit alle, sag ich mal, Minimalziele, also sie haben wieder, Leipzig hat Druck auf sie aufgebaut, sie sind wieder vor Leipzig gezogen auf Platz 4, es bleibt zwar eng, aber sie ziehen ja immer wieder diese Spiele, sie sind in der Champions League weitergekommen, treffen da auf Atletico Madrid, das ist absolut kein einfacher Gegner, aber es ist auch nichts Unmachbares, also dass man da überhaupt keine Chance hat. Es läuft eigentlich ergebnistechnisch okay, würde ich sagen. Ja, kann man auch, glaube ich, so sagen, also das kann man, glaube ich, ganz offen auch so sagen, das ist okay, läuft, ich bin nun mal gespannt, ob die das halt so bis zum Ende auch durchziehen können, solange die Ergebnisse so eingefahren werden, ist ja in Anführungszeichen alles top, da muss ja auch nicht jeder sich damit identifizieren, mit dem Fußball oder so, ne, und ich glaube, man kann auch da ganz offen sagen, ne, wie gesagt, dass halt man vielleicht dann lieber Stuttgart oder Leverkusen guckt, aber am Ende ist es ja erfolgsversprechend derzeit und das gibt denen dann im Endeffekt recht, ne? Absolut und das ist ja auch erstmal das Wichtigste, das Wichtigste ist, dass sie wieder mindestens Platz vier erreichen, ne, vor Leipzig in die Champions League kommen, klar, mit Glück könnte Platz fünf reichen, aber darauf darfst du ja nicht spekulieren, sondern du musst versuchen, natürlich auf Platz vier zu landen, bis in der Champions League im Viertelfinale, muss man ja auch mal sagen, das war ja die Todesgruppe eigentlich, mich haben da auch ein paar Mannschaften enttäuscht, aber wer, also ich hatte als Außenstehender bei dem Fußball von Dortmund gar nicht gedacht, dass sie überhaupt eine Chance haben, da weiterzukommen, ich dachte, die werden da sang- und klanglos Vierter, also von daher, sie machen ja dann doch mehr daraus, als ich teilweise von ihnen erwarte, so und ja, schauen wir mal, wo es noch hingeht, aber ich finde, durch so einen Fehler von Hummels fand ich eigentlich wieder richtig gut in dem Spiel, auch auffällig, aber Schlotterbeck, den wollen ja immer so viele haben, weil er halt viele Sachen mitbringt, die kaum einer bei uns in der Innenverteidigung hat, für Deutschland jetzt nochmal, genau wegen dieser ganzen Aussetzer, die er immer wieder hat, ist er für mich dann auch kein Nationalspieler, ob er jetzt was mitbringt, was andere haben oder nicht, weil das hat sich ja in der Nationalmannschaft sogar noch mehr gehäuft, der hat so einen drastischen Aussetzer und da bringt es mir dann halt auch nicht so viel, wenn er die, einer der besten Spieleröffnungen hat von allen IVs bei uns. Ja, bin ich dabei. Okay. Das ist ja das genauso, aber ich glaube auch, dass übrigens, das muss man nochmal kurz für den Dortmunder zumindest mal erwähnen, dass, wenn wir jetzt mal drauf schauen, bis zu EM ist ja noch ein bisschen Zeit und die sind natürlich, wenn die am Ende der Saison den Champions-League-Platz holen und der Champions-League auch noch weit kommen, dann spielen die sich natürlich auch wieder ins Rampenlicht. Also die Tür ist ja absolut nicht zu und da sind ja auch ein paar richtig gute Kicker drin. Also es soll ja auch nicht so klingen, dass irgendwie man gar keinen Dortmunder haben will oder so, das stimmt ja auch nicht, aber ich glaube, dass jetzt gerade das auch einfach leistungsmäßig ganz gut berufen worden ist und es gibt ja den Leuten auch eine Chance, dass man die mal sieht, ne? Deswegen, ja. Die haben ja auch, wie gesagt, die können, da gibt es ja etliche, auch ein Gnabry, der jetzt lange verletzt war, jetzt hat er sich mit dem Tor zurückgemeldet, also die müssen Dortmunder jetzt kämpfen und ich glaube auch, dass wenn, wie du es gerade gesagt hast, wenn Dortmund jetzt noch sich beweist, international, in der Liga und die alle zu Top-Leistungen, also die müssen es Nagelsmann halt schwer machen, ne? Ja, absolut. Durch ihre Leistung, so dass die Leute sagen, dass die Leute auch sagen, ja, jetzt muss er eigentlich einen Schlotterbeck mitnehmen oder einen Hummels oder einen Brandt so gut wie der gespielt hat, ne? Okay, ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen, dann sehen wir uns morgen wahrscheinlich zum Zweitliga-Rückblick, ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche, bei uns in Berlin scheint die Sonne, nicht nur wegen des Hertha-Sieges, auch wenn es trotzdem frisch draußen ist und ja, bleibt gesund, ich freue mich jetzt wieder auf den Content und jetzt kommt ja erstmal die Länderspielpause, da werden wir natürlich rund um die Nationalmannschaft auch viel machen, ich bin schon heiß, ich hoffe, ich werde nicht wieder demotiviert sein danach, sondern ich wünschte mir, dass uns diese beiden Spiele gegen Frankreich und die Niederlande nochmal richtig ins EM-Fieber bringen, nachdem ja letzte Woche schön das Trikot rausgekommen ist. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. In diesem Sinne, macht's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao.